Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit einem Hexenkessel hier, schön PvP, um auch mal schnell die Beute zu gefährlich zu kriegen oder die Medaillen schnell zu farmen. Es geht hier echt sehr fix, also auf jeden Fall spielen in Hexenkessel, wenn ihr euch fragt, wo mache ich denn schnell die Beute zu gefährlich für Schmerzige? Genau, im Hexenkessel, auch wenn es ab und zu nervt und auch ein bisschen anstrengend ist, prinzipiell geht es hier recht fix. Gut, man muss natürlich auch Leute wegschnipsen hier, aber naja, ich spiele jetzt mal mit dem Akkustab, mal schauen, wo ich damit umgehen kann, weil normalerweise spiele ich nicht mit dem Akkustab im PvP, meistens immer 1000 Kling und ja, schauen wir mal, gucken wie ich abschneide. Also am Anfang kriege ich wahrscheinlich auf dem Deckel, aber geht mir ja nie anders bei mir. Ich bin auch ein Casual-Player, wie gesagt, kein PvP-Experte oder Pro-Gamer oder irgendwas. Prüfen von Osiris habe ich noch nie angefasst, weil nervt mich, mehr oder weniger. Und ja, also PvP ist für mich eher Kryptonit, sage ich mal ehrlich. Okay, ist halt so, ist halt so. Hat er mich echt noch erwischt? Ich glaube es nicht. Gut. Also eigentlich soll ich hier mit Dupas und so killen, aber geht auch so, geht auch so. Keine Panik auf der Titanic. Man kann sich natürlich auch hier in guten Enggängen verstecken und die dann alle wegschnipsen hier. Aber die rennen einfach mal weg. Das geht mir auch immer tierisch auf den Senkel, wenn die im PvP wegrennen. Verdammt, nicht mein Kill. Naja, wie gesagt, erstmal dran gewöhnen. Es gibt gute Matches im Exit-Kerze und es gibt auch nicht die schlechte. Was anderes gibt es eigentlich nicht. Nur zwischendrin gibt es so eigentlich nie. Oh, was war das für ein Move. Also meine Teammates sind auf jeden Fall richtig gut gerade. Die schnippen hier wirklich alles weg. Alles ist am explodieren und dann geht das alles. Okay. Einfach mal probieren durchzuschliffen hier. Was geht hier ab? Alter. Ich meine, mit das ist heftig jetzt, meine Damen und Herren. Ein hofobisches Chaos. Na, dann strahlt es zu Ende. Müsst ich ja noch rein. In den letzten ausklingenden Strahl. Müsst. Na ja. Da stehen natürlich hier alle schön in der Höhle drin. Das ist natürlich keine gute Idee, wenn da alle schon bestehen. Aber wenn es gut da ist, das geht es natürlich. So, gehen wir raus. Link, 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 link. Die rennen alle weg. Außer er. Aber der hat den Längern die Super. Mist. Das mache ich damit. Die rennen immer weg. Die gucken gar nicht mehr die Rennung auf. Die wissen, ah, da ist jemand mit einer Super hinter mir. Ich renne jetzt weg. Das steht ein bisschen noch auf der Zeiger. Ihre Niederlage stimmte vor. Aber gut, vielleicht sollte man es. Wir machen nochmal. Dann zieh ich den. Wow. Wenn die abgeschossen wird. Aber wie gesagt, die Matches sind mega schnell vorbei. Man kriegt schnell die Wolltüge fertig. Geht da rein. Finde es aus. Wo ist hier noch einer? Egal, rumschlitzeln. So, wir werden gleich gewonnen haben, tun. Das ist schon mal gut. Das war eine krasse Runde. Schnell und effizient. Und extremes Rambazamba. Und ja, Kessel ist aus. Wie gesagt, das kann ich nicht sagen. Das wird nicht so. Ah, schade. So sieht es aus, meine Damen und Herren. Das war der Hexenkessel. Gucken wir uns noch kurz die Statistik an. Geht mega schnell, mega fix. Und rumschnitzen. Wie gesagt, jetzt kommt man natürlich auf die Map an, welche Super ihr am besten nehmt. Ich bin sogar Erster. Also, der Chex dreht auch wieder ordentlich seinen Text runter. Naja, so sieht es aus. Kann man so stehen lassen. Wie gesagt, die Wolltüge gehen mega schnell fertig. Die Medaillen gehen mega schnell fertig. Wenn man eine Spitze nur noch haben, braucht, muss. Und natürlich gibt es hier auch mächtige Ausrüstungen, wenn man die Rotation spielt. Wie gesagt, ich bin jetzt hier mit den Wolltüge fertig. Wenn ihr noch die EP-Boost haben möchtet, müsst ihr jetzt eurem T-Bus. Team-Mate-Join. Dann bekommt ihr geteilte Weisheit. Und dann habt ihr dann sozusagen ein bisschen mehr EP drin. Das sind die Medaillen. Aber wie gesagt, es geht richtig fix vorbei. Wie man sieht, die Medaillen gehen auch weg. Ja, so kann man es machen. So sollte man es machen. Danke fürs Zusehen. Reingehauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.